Wir müssen Ronan aufhalten. Wie denn? Ich hab einen Plan. Du hast einen Plan? Ja. Erstens, den Satz, ich hab einen Plan, den plapperst du mir nur nach. Mach ich nicht, das sagt doch jeder. Ist nicht irgendwie einzigartig, sowas zu sagen. Zweitens, ich glaub, du hast gar keinen Plan. Ich habe zumindest einen Teil eines Plans. Wie viel Prozent von einem Plan hast du? Du darfst überhaupt keine Fragen stellen nach dem, was du auf Nowhere abgezogen hast. Ich habe Quill gerade gerettet. Wir haben bereits festgehalten, das Schiff zerstören, auf dem ich bin, ist nicht mich retten. Wann haben wir das festgehalten? Vor drei Sekunden? Ich hab nicht zugehört, ich hab grad an was anderes gedacht. Sie hat recht, deine Meinung zählt nicht. Also, wie viel Prozent? Keine Ahnung, zwölf Prozent. Zwölf Prozent? Was für ein künstliches Lachen. Das ist echt. Total gekünstelt. Das war das echteste, authentischste, hysterische Lachen, das ich in meinem ganzen Leben gelacht hab, denn das ist kein Plan. Nicht mal Ansatz weiter. Du stellst dich auf deren Seite? Ich bin Groot. Wie ist besser als elf Prozent? Was ist denn das für eine hölzerne Erkenntnis? Danke. Groot, danke. Seht ihr, Groot ist der Einzige, der weiß, wie der Hase läuft.